Musik Willkommen zur vorvorletzten Folge Pechkeks Adventskalender Grausige Weihnachten und heute ist das Türchen Nummer 22 dran Ja, es wird heiß, heute scheint sogar die Sonne draußen, sieht man jetzt gar nicht Und wir wollen gleich mal die 22 öffnen, schauen was da heute für euch drin ist So, wo haben wir die denn? Die ist hier unten, da seht ihr wieder ein schreiendes Kind Und ein, ja, was auch immer, sieht aber auf jeden Fall lustig aus Guckt, ein bisschen verplant Und dann machen wir das Türchen auf Auch das noch Wieder ein Tütchen zum Öffnen Und wir schauen, was der heutige Spruch ist Gibt's auch gleich Frühstück in Keksform, wie immer Kohlrabenschwarz Oh mein Gott, so eine Sauerei So, und heute steht drin Du bist die größte Flasche Man nennt dich Captain Kork Haha, Captain Kork Das ist ja wieder mal die Punchline des Jahrhunderts Also, wenn ich das mal nicht in ein Battle mit einbringen kann Also, dann weiß ich auch nicht Captain Kork Das war's aber von heute Wie gesagt, zwei Türchen kommen noch Keks nicht vergessen, den müssen wir noch essen Und jetzt sehen wir uns morgen wieder Und natürlich übermorgen Und wir sind immer noch gespannt, was in der 24 ist Das ist nämlich so ein riesen Türchen Während die anderen nur so sind, ist das einfach so Das war's aber von meiner Seite aus Bis dahin, bis dahin, peace out, forhaut Euer Ramses Bis dahin, 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 bis Vielen Dank.